Klara Anzeichen! Wird Christina der Bachelorsiegerin? Am kommenden Mittwoch ist es endlich soweit Daniel Wülz vergibt im großen Bachelorsiegerin seine allerletzte Rose. Im Rennen um das Herz des Rosenkavaliers stehen noch die Maghub-Artistin Sofania von Vrese und Tänzerin Christina Janssen. Mit beiden erlebte der Immobilienmakler bereits intensive Darts, Streicheleinheiten und Kussmomente. Wer ist wohl die glückliche Gewinnerin? Schon vor der Ausstrahlung gibt RTL in der Vorschau einen eindeutigen Hinweis auf Herzdame. Das finden zumindest viele Fans der Kuppel so. Und sie sind sich alle einig erobert das Herz des Geschäftsmanns. Die Follower der Kasachien posten ihre Analyseergebnisse des Dreiers auf dem Instagram-Profil der Bauti. Somit soll laut einer Supporterin das dunkelblaue Dress des Models für ihren Sieg sprechen, sie trägt das auffälligere Kleid das wurde in den letzten drei Staffeln immer der Siegerin zugeteilt. Auch der Umgang mit den beiden letzten Rosenanwärterinnen, der im Vorspann zu sehen ist, soll für als Daniels Traumfrau sprechen. Denn der 24-Jährigen hätte der Bachelor deutlich mehr Körperkontakt zukommen lassen, wie ein Anhänger bemerkt hat, er hält Hände fest und steht ihm im Finale einfach nur gegenüber. Glaubt ihr, dass die Brünette gewinnen wird? Stimmt in der Umfrage ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017